Lebensversicherungen und private Rentenversicherungen, die waren vor einigen Jahren noch sehr, sehr populär. Auch meine Eltern haben damals eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen, damit man nachher Geld im Alter hat. Das Problem nur, irgendwann sind die Zinsen immer weiter in den Keller gegangen. Und jetzt lohnt es sich überhaupt nicht mehr, diese auf Jahrzehnte angelegten Produkte noch weiter zu halten. Das Problem ist, eine Kündigung führt dazu, dass ihr fast nichts mehr bekommt. Aber es gibt noch einen anderen Weg und den habe ich euch schon vor einiger Zeit, ich glaube im August letzten Jahres war es, aufgezeigt. Ihr könnt diese Lebensversicherung und Rentenpolisen widerrufen. Und dazu gibt es jetzt ziemlich bahnbrechende neue Urteile. Im Schnitt bekommt ihr einige tausend Euro mehr aus der Lebens- oder Rentenversicherung jetzt raus, wenn ihr sie widerruft, als wenn ihr sie kündigt. Was der Unterschied ganz genau ist, was ihr jetzt tun könnt und wie wir euch dabei helfen können, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gern diesen YouTube-Kanal. Man hat eigentlich mit dem Ziel, dass man irgendwann im Alter super viel Geld hat, mal solche Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen. Mit 65, 67 sollten die auslaufen und da wurde immer eine Summe vorgerechnet, wenn alles gut lief, wenn die Zinsen weiter so hoch blieben, wie es mal vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber, wie ihr alle wisst, die Zinsen haben sich nicht so gut entwickelt. Sie sind sogar ordentlich in den Keller gegangen. Und das hat dazu geführt, dass ihr jetzt gar nichts mehr rauskommt. Ihr zahlt eine, ihr zahlt eine, ihr zahlt eine, aber ihr kriegt keine Zinsen dafür. Es gibt viel bessere Anlageformen. Ihr könnt ja durch eine Wohnung, ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, was weiß ich, aber das ist zumindest keine lukrative Anlageform mehr in den meisten Fällen. Deswegen will der eine oder andere raus von euch aus diesen jahrzehntelangen Verträgen. Ich habe dazu im August letzten Jahres schon mal ein Video gemacht, dass die Kündigung ein schlechter Deal ist, denn dazu gibt es meistens dann keinen guten Rückkaufswert. Der Widerruf ist allerdings viel attraktiver, denn dort bekommt ihr die eingezahlten Beträge zurück, ihr bekommt Zinsen, ihr bekommt die Abschluss- und die Verwaltungsgebühren zurück und den Rückkaufswert. Also in der Regel sind es so rund 150 Prozent der eingezahlten Beträge und etwa 30 Prozent mehr Geld, als ihr bei einer Kündigung erhalten werdet, wenn ihr widerruft. Aber es kann nicht jeder von euch widerrufen. Das müssen wir jetzt gleich mal klären, ob ihr widerrufen könnt und damit eben das volle Geld bekommen könntet. Denn, naja, eigentlich würdet ihr jetzt sagen, kann man nur 14 Tage widerrufen oder früher, weiß man, konnte man einen Monat widerrufen, dann gab es 30 Tage Widerrufsrecht. Das hat sich immer mal wieder geändert. Aber egal, wenn ihr vor 20 Jahren, wie ich jetzt beispielsweise oder bei mir sogar schon 30 Jahre her, so eine Lebensversicherung abgeschlossen habt, kann man ja sagen, geht ja gar nichts mehr. Ja, nicht ganz. Denn es war tatsächlich so, dass die Lebensversicherer vor 20 Jahren nicht ordentlich über das Widerrufsrecht informiert haben. Ja, und wozu führte das? Das führte damals dazu, dass man dann ein Jahr lang widerrufen durfte. Jetzt sagt ihr, ja gut, reicht ja immer noch nicht. Reicht ja immer noch nicht. Ist ja doch nur ein Jahr. Ja. Und da gibt es aber gute Nachrichten. Es gibt nämlich ein Bundesgerichtshofsgrundsatzurteil. Und das stammt schon vom 7. Mai 2014. Das hat jetzt bald Achtjähriges. Und damit wurden die Rechte der Verbraucher enorm gestärkt. Und der Bundesgerichtshof, der hat damals gesagt, ja, wenn die Unternehmen nicht ausdrücklich informiert haben, dann gibt es auch jetzt noch ein Widerspruchsrecht. Also, das heißt, wenn gar nicht oder nicht ausführlich informiert worden ist, gibt es ein Widerspruchsrecht, das niemals endet. Ein ewiges Widerrufsrecht. Das heißt, ihr könnt immer noch widerrufen. Man muss gleich mal, wir gehen gleich ins Detail, gucken, ob sich das lohnt für euch. Das lohnt sich nicht für jeden. Und das kann auch nicht jeder widerrufen, weil manche haben ja auch korrekt belehrt. Aber roundabout die Hälfte aller Lebens- und Rentenversicherer hat einen Fehler gemacht. Und der Bundesgerichtshof hat das später konkretisiert und hat gesagt, alle Positionen sind zurückzuzahlen. Einschließlich der Verwaltungskosten, die beim Vertrag entstanden sind. Diese Vertragsabschlusskosten, die Provisionen, die der Vermittler bekommen hat. Und natürlich die Nutzung, also die Zinsen. Mehrere tausend Euro gibt es wieder zurück in eure eigene Tasche. Und was ganz, ganz wichtig ist, auch bereits gekündigte oder ausgelaufene Lebens- und Rentenversicherungen können immer noch widerrufen werden. Das kann sich immer noch mehr lohnen. Muss man ausrechnen, kann sich aber immer noch mehr lohnen. Auch dann, wenn ihr schon den Rückkaufswerk erhalten habt, das hat der Bundesgerichtshof ganz klar entschieden. Die Versicherer, die sagen aber etwas dagegen. Ist ja klar, die lassen sich das nicht so gefallen. Die sagen, naja, wir berufen uns hier darauf, dass der Anspruch verwirkt ist. Von Verwirkung sagt man immer, naja, wenn man zu lange gewartet hat, dann wird das Ganze rechtsmissbräuchlich. Wenn man weiß, ich kann ja eigentlich widerrufen, mach es aber nicht, dann wird der Widerruf, der spätere Widerruf, rechtsmissbräuchlich, das ist Verwirkung. Und der Bundesgerichtshof hat im Juni 2020 entschieden, dass das Widerrufsrecht nur in ganz engen Fällen überhaupt verwirken kann. Und das nehmen jetzt die Versicherer und sagen, ja, aber jetzt hier ist so ein enger Fall. Naja, und dazu gibt es ein ziemlich spektakuläres Urteil aus September 2021 vom Europäischen Gerichtshof. Und das ist neu, auch neu seit dem letzten Video. Der Europäische Gerichtshof sagt nämlich, wenn ein Verbraucher widerruft, kann Verwirkung niemals greifen. Jedenfalls dann nicht, wenn er fehlerhaft informiert worden ist. Man muss zwar dazu sagen, dass dieses Urteil aus September 2021, was der Europäische Gerichtshof hier entschieden hat, zu Kreditverträgen und nicht zu Lebensversicherungen ergangen ist, aber die Argumentation, die ist exakt die gleiche. Es gibt keinen Grund, beide Verträge irgendwie anders zu behandeln. Und damit muss man sagen, auch beim Bereich Lebensversicherung gibt es jetzt schon die ersten nationalen, die ersten deutschen Gerichte, die diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anwenden. Und ein ganz aktuelles Urteil vom 8. März 2022 vom Oberlandesgericht Rostock sagt, dass das Europäische Gerichtshof-Urteil auch auf Lebensversicherung übertragbar ist und es keine Verwirkung gibt. Also auch jetzt, 10, 20 Jahre später, kann man auch entsprechend widerrufen. Gut, fragen wir uns, auf welche Lebensversicherungen ist das überhaupt anwendbar? Wir haben ein Formular bereitgestellt, da könnt ihr das mal checken. Ihr gebt eure Versicherung an, guckt, wann der Vertrag geschlossen worden ist. Und der Vertrag muss zwischen 1994 und 2007 geschlossen sein. Und er darf weder von euch noch von einem anderen Anwalt als Widerruf erklärt worden sein. Dann kann man hier noch was machen. Den Check, den übernimmt unser Kooperationspartner HelpCheck. Die haben also richtige Versicherungsmathematiker und die können euch nachher auch ausrechnen, ob sich das alles lohnt. Also die stimmen die Eckpunkte ab. Und die gucken auch, ob das finanziell sinnvoll ist. Und die Überprüfung ist erst einmal komplett kostenlos. Und dann kriegt ihr ein Feedback zu den rechtlichen Aussichten, ob ein Widerruf möglich ist. Erstmal, ob er möglich ist. Und das Spannendste ist, ihr kriegt auch eine genaue Mitteilung darüber, wie viel Geld man bei einem Widerruf zurückbekommen würde. Und zwar ganz genau ausgerechnet in einem Formular. Und nachdem ihr dieses Rechenergebnis habt, was wirklich sehr kompliziert auszurechnen ist, deswegen haben wir hier auch die Jungs von HelpCheck mit im Boot. Wisst ihr, ob das finanziell lohnt? Das Tolle an den HelpCheck-Jungs ist, die haben auch noch einen Prozessfinanzierer, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, sodass das Ganze dann darauf hinausläuft. Ich glaube, bei einem Prozessfinanzierer kriegen die 30% oder 40% ab, muss man schauen. Aber nur bei Erfolg, ja. Sodass man da auch noch Möglichkeiten hat, wenn man keinen Rechtsschutz hat, sich das Ganze finanzieren zu lassen. Also auch das erstmal, würde ich sagen, ein fairer Deal, dass am Ende halt mehr doch für euch dabei rumkommt. Und ob sich das lohnt, der ganze Kladderadetsch wird ausgerechnet. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ich will lieber kündigen. Und die ersten Urteile, die hier erzielt worden sind, waren aus November 2021, Landkrieg Traunstein, 35% zusätzliche Nutzungsentschädigung bei Rückabwicklung einer DBK-Lebensversicherung. Oktober 2021, 27% zusätzliche Nutzungsentschädigung bei Rückabwicklung einer Aachen-Münchner-Lebensversicherung. Und September 2021, 2700 Euro Nutzungsentschädigung und Rückerstattung bei einer Proxalto-Lebensversicherung. Also man sieht hier, das ist ein fairer Deal. Und wenn ihr einen Rechtsschutz habt, würde ich immer sagen, klar, prüfen. Wenn es Chancen gibt, voll drauf. Und ansonsten muss man eben sich das ausrechnen lassen, ob sich das mit den Provisionen lohnt. Aber erstmal müsst ihr checken, ob das funktioniert. Dazu haben wir einen Rechner, beziehungsweise ein kleines Formular, unten in der Caption, den jetzt nutzen. Und meine Info dazu nur, ihr kriegt wesentlich mehr Geld bei einem Widerruf als bei einer Kündigung. Also das lohnt sich, aber wir müssen zwei Dinge checken. Erstens ist es möglich, kann man widerrufen. Dazu müsst ihr in einer gewissen Zeitrange liegen, dürft ihr nicht widerrufen haben und der Vertrag muss widerrufbar sein. Und zweitens lohnt es sich dann. Aber das wird alles kostenfrei für euch ausgerechnet. Wenn ihr Bock habt, nutzt die Gelegenheit unten in der Caption. Und wer keine Lebensversicherung hat, der hat trotzdem nur noch einen Klick frei. Nämlich hier auf den Abo-Button. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Denn ich habe noch weitere Videos für euch. Die habe ich hier zusammengestellt. Noch zwei Stück. Die könnt ihr euch reinziehen. Bis morgen könnt ihr damit die Zeit überbrücken. Denn morgen, das wisst ihr, gibt es das nächste Video von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.